Hallo, heute sind wir im Ipner Moor in Oberösterreich und gehen den großen Rundweg. Kommt ihr mit? Untertitelung. BR 2018 Da unten, ist alles voll gut, der ist sehr groß, schön, der Sommerweg, ne? Ach, danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Und hier ist noch eine uralte Telefonzelle. Die gibt es also auch noch. Du brauchst so einen Taschenmesser, um das überhaupt aufzukriegen. Schmeckt irgendwie, schmeckt wie in den 60er Jahren. In Traubenzucker. Das ist alles drauf, sag ich. Das ist alles drauf, sag ich. Vielen Dank.